Ah, na gut. Bei der ersten Episode kein einziges Mal gestorben. Und jetzt, äh, hab ich eben... Ich war so im Fernsehclash wieder. Das ist halt dieses Problem bei diesem Spiel, weißt du? Das ist für mich wie so ein Fernsehfilm. Und dann sollst du plötzlich irgendwas tun und bist total überrascht davon, dass du was tun sollst. So, hier. Kuuuuck. Ich hab auch eingedrückt. Mensch, ah, nochmal hier. Fuckin' teargast! I have to find Kane, Gabe. Can you help us? Go, man! I'll hold these assholes off! Hm. 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 Nein, nimm das Messer mit. Sehr gut. Oh, Kate is off. Let's just use this. There's enough room for her. Hobby! Hobby! Head east. I'll catch up. Ich glaube, also, hätte ich das friedlich lösen können? Ich glaube nicht, oder? ich geh mal davon aus, nein. Tye, is that behind? Wie würde man denn... Ich kann's ja nicht beides mit Bindungen über... Sie folgen uns? Nein, nur das andere Auto. Sieht, wir sind okay. Eleanor! Danke Gott! Ich kann es nicht glauben. Alle unsere Freunde, alle diese Leute... Oh, Conrad. Das gibt Stress. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht was du, oder jemand anderes denkt. Ich weiß was passiert. Ich weiß was, wenn es nicht für ihn... ... 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 What can I do for you here? I just... I feel like I'm burning up. And I'm dying of thirst. Here you go. Thirsty isn't good. How's her forehead feel? Uh, hot. Hot. Fuck. It's probably sepsis. The sooner we get to Richmond, the better. Oh, goddammit. Oh, it really hurts. Hey, you're gonna be fine, Kate. I'm just trying to be realistic. Yeah, well, I'm trying to be optimistic. Javi, we both know what's coming. I'm sure. We do. And this is gonna sound fucked up, but... Maybe this is my chance for... Christ... I don't know. A graceful exit. Not many people get those. I'd be one of the lucky ones. You don't get to just bow out. Just think about all that's happened. Mariana died. I couldn't stop it. And Gabe... I heard what happened when we stopped. Isn't it obvious? Look, he might be turning into David. He might be turning into you. He's not that sweet little boy I first met. But... Maybe this is better. He just needs guidance. And a lot of it. And I hope so. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. No, ma'am. I'm not buying this undying shit. It's on both of us. You're buying it, whether you want to or not. Hey, careful. Sorry. You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Yeah, she merkt es sich auf jeden Fall. I just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. Ab nach Richmond. Also, ich finde, ich habe das sehr, äh, gut gelöst, glaube ich, mit dem, ähm, dass der nicht so viel Stress geschoben hat. Ähm, Gabe hat ihn auch nicht umgebracht. Ich denke, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, die passiert hätte, äh, also passieren hätte können. Okay. What now? I've got some bad news. So what's going on? Well, we got a bunch of cars clogging the underpass. Too many to drive through. We're gonna need to move some of them out of the way. Hey, I'm coming too. I'll stay with Kate and keep a lookout. Yell at us if anything happens. Awfully convenient the pass is blocked like this. Not convenient at all if you ask me. If we move that car right there, we should be good. Come on. Let's get to work and clear it out. Hmm. Ja. Entschuldigung. Äh, vorher möchte ich aber noch mal kurz hier... ...mich ein bisschen umgucken. Was es denn hier noch so alles gibt. Hier können wir zum Beispiel mit Gabe reden. Das machen wir mal schnell. Äh. We were just talking. She seems pretty cool. Aha. Aha. Mhm. So, Kofferraum durchsuchen. Starthilfe Kabel. Na gut. Hm. Warum nicht? Hm. Ist es das nicht immer? Hm. 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 Aber es endet immer wieder zu schliessen. In der Endeffekt... ...neur denken sonst nicht. Hm. Auklem hat Probleme, Freunde zu schließen oder Freundschaften zu schließen, weil sie denkt, dass die Leute dann immer sterben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. In so einer Welt ist das durchaus schon ein Problem. So, hier scheint es ja nichts mehr weiterzugeben. Gehen, dann geben wir nochmal... ich... Prescottizer, glaub... nee, Conrad ist das. Gehen wir mal zu Conrad. Na, er trägt das mit Fassung, aber vielleicht versteht er, dass ich... ich hab ja auch Mariana an die verloren. Und... Vielleicht versteht er das ja. So, ist hier noch in der Ecke irgendwas? Nicht. Drücken, ansehen... ja, reden wir erstmal mit ihm. Mit Schock. Just a, dark day for him. Ja. Keep an eye on him for me, alright? All right? Jesus, how the hell are we gonna get that out of the way? I don't see any tow trucks. Nope. Um, ja, okay. Jetzt bin ich überfragt. Ah, hier, wir können noch mit ihr reden. Wie geht's Kate? Sie hält. Wir sind fast da. Let me know, ob irgendwas verändert. Ich will. Okay. So, wozu haben wir denn das Starterkabel bekommen? Ich meine, ich kann da auch noch hineinsehen, aber... Hm. Habe ich jetzt irgendeinen Bildschirm? Ah, hier. Geht's denn auch? Oh. Komm, komm. Oh. Äh... Ausbrechen. E drücken. Äh... So, wir haben einen Schraubenschlüssel gefunden. Damit können wir das anscheinend ziehen. Starterkabel haben wir auch. Pop the hood. You'd better not mess up my baby hair. That'll do. Ich hab zwar keine Ahnung, warum ich diesen Schraubenschlüssel habe. Hier geht's nichts. Hey! Hier geht's! Ich glaube, wir sind fertig. Wir gut? Be ready to move once the wreck is clear. Wir sollten gleich hinter dir sein. Wir sollten gleich hinter dir sein. Wir können. Wir müssen die aufhören. Wir müssen die drücken. Eleanor, jetzt! Geh, geh, geh! Just drive! Get her to Richmond! We're right behind you! They're through! Let's go! Thanks! Shit! The van! We got bigger problems here! The roof! Go! Get up there, Gabe! Go! Oh, nice! Oh! Da ist das Trommelfell geplatzt! Ich wollte schon sagen, so hoch war das doch gar nicht! Ah ja, das ist doch eine kleine Herde! Oh! 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 This is just fucking great! What the hell are we gonna do? Calm down! Calm down? I'm not gonna fucking calm down! Eleanor's out there alone right now! We wouldn't even be in this mess if it wasn't for you! That's not true! Fuck you, Conrad! Whoa! Whoa, whoa, whoa! Stop! There's somebody over there! What? Where? Shit! Everybody get down! Wait! Was this all a trap? Keep your heads down. Guy could have a rifle. I don't know about the rest of you, but I'd like to keep my skull intact. Whoever you are out there, we don't want any trouble, okay? What the hell? He's gone. Everyone stay here and keep behind cover. I'm gonna see what I can find out. Be careful. Be careful. Hmm. Hey. Das ist er nicht, das ist irgendetwas anderes. Das Ding ist nicht ein Spiel. Schraub es, oder du kannst dich selbst verletzen. Das Ding ist nicht, ob du mich verletzt hast. Ich will nur sprechen. Du verstehst? Ich will nur ein Wort. Schraub es. Das würde mich nicht sehr wundern, würde ich? Du, die zwei Leute da, die Kinder, die Frauen in der Auto... Ich habe dich verletzt. Ich habe das kleine Argumente gehört. Deine Freunde da da nicht werden mich verletzen, richtig? Die Leute haben deine Scheine zusammen? Ich weiß nicht, was du... Oh. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch nicht. 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 Die Neue Frontier. Was? Nein, ich bin nicht mit dem Mann. Du hast das zurück. Schaffe ich es noch nicht. Ich bin nicht mit dem Mann. Ich glaube, ich bin mit dem Mann. Ich glaube, ich bin mit dem Mann. Ich bin auf meinem Weg zum Richmond, wie du. Ich habe ein paar gute Leute dort, wenn die Neue Frontier kam. Was hast du gesagt? Die Neue Frontier? Die Kam. 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 Das ist nur mach. Das ist doch gar nicht. Die Kam. Die Kam. Oh Gott. Die Kam. Die Kam. Die Kam. Dasaar. Wir werden uns verletzt. Nicht, wenn wir zu ihnen erst einmal. Es gibt ein kleines Trennennel, der unter der James River läuft. Von dem ich hör, es sollte ein langes Rettung sein. Ein Trennennel? Ich könnte euch da führen. Aber als ein Hobby hier sagte, dass ihr gute Leute und alles, vielleicht könnte ich die Schläger erst einmal abstehen. Abonniert mich? Wir werden dich aufbauen und sicher, dass deine Geschichte herauskommt. Das ist wirklich nicht notwendig. Ich weiß nicht. Wir haben nur diesen Mann gefunden. Wir haben alle nur gefunden. Lauf deine Schrauben. Javi, Mann, nicht... Du glaubst mir oder nicht? Danke. Ready? This way. Hey. Was nennen wir dich? Entschuldigung, ich habe mich vergessen. Das ist Paul, aber meine Freunde nennen mich Jesus. Und hier hätten wir eine Überlappung.